Servus Leute, schön, dass ihr reingeklickt habt und wenn ihr reingeklickt habt, dann wahrscheinlich deshalb, weil ihr vor kurzem womöglich mit der Konsolenversion von Parkitect angefangen habt oder darüber nachdenkt, damit anzufangen und wenn dem so ist, dann seid ihr hier vermutlich goldrichtig, denn hier werde ich euch jetzt 20 Anfänger- oder Einsteigertipps präsentieren die wirklich sehr, sehr basic sind, aber einige davon werdet ihr vielleicht in den ersten Minuten nicht gewusst haben und werdet hoffentlich dankbar sein, weil sie euch den Einstieg ins Spiel dann doch ein bisschen erleichtern sollten. Zuallererst würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall das Tutorial zu spielen, um die grundlegendsten Dinge zu erlernen, vor allen Dingen auch die Bedienung und ebenfalls könnt ihr anschließend ein bisschen im Sandbox-Modus herumspielen, sich dort auch ein bisschen mit den Basics vertraut machen und erst danach würde ich euch empfehlen, auch die Kampagne zu starten. Da gibt es dann spezielle Aufgaben, die ihr mit euren Parks erfüllen sollt und spezielle Gebiete bekommt ihr dann dort auch zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel einen Flugplatz. Aber wie gesagt, es macht Sinn, vorher einmal die Basics vielleicht mit dem Tutorial und im Sandbox-Modus zu erlernen. Und ich habe die Bedienung gerade schon angesprochen, da möchte ich euch einen eigenen Tipp gerne geben, denn das war für mich am Anfang ein bisschen verwirrend. Merkt euch, mit dem linken Stick bewegt ihr euch durch den Park, mit dem Steuerkreuz navigiert ihr dann fast immer durch die Menüs, das geht also nicht mehr mit dem linken Stick und wollt ihr dann zum Beispiel auch etwas anpassen, wie zum Beispiel die Rundenzahl von einer Karussellfahrt oder die Lautstärke der Musik einer Attraktion, dann müsst ihr im Beispiel Playstation die Aktions-Taste, also Kreuz, gedrückt halten und zusätzlich das Steuerkreuz dann nach links oder rechts drücken, um zum Beispiel die Lautstärke eben zu erhöhen oder leiser zu stellen. Habt ihr generell immer wieder Probleme, sich an die Befehle zu erinnern oder ihr wisst einfach grundsätzlich gar nicht, wie man zum Beispiel ein Fahrgeschäft drehen kann oder so, kein Problem, drückt auf die Hilfe-Taste, auf der Playstation ist es das Touchpad und schon öffnet sich ein kleines Menü, welches euch je nach Kontext die Tasten anzeigt, die ihr hier drücken könnt, um spezielle Befehle auszuführen. Sind euch die ganzen Menüs vielleicht sogar zu klein und ihr könnt einfach nicht alles erkennen und wollt einfach alles ein bisschen vergrößern oder andersherum ist euch alles zu groß und euch stört das in der Sicht und ihr wollt die Menüs kleiner machen, beides ist möglich im Optionsmenü bei der Skalierung, dort könnt ihr das einfach kleiner oder größer stellen. Kommen wir nun zum eigentlichen Bau des Parks und hier würde ich empfehlen, sich auf jeden Fall auch im Vorfeld immer schon ein paar Gedanken zu machen über eine Idee, wie der Park aussehen soll, den Aufbau. Was bietet die Fläche überhaupt an? Ist zum Beispiel ein See in der Mitte, dann bietet sich das an, das auch irgendwie für eine Attraktion zu nutzen oder ist der Park sehr hügelig, dann muss man vielleicht auch die eine oder andere Stelle erstmal ebnen oder man muss stattdessen Tunnel für Wege bauen und so weiter. Ja, wo können welche Buden und Attraktionen hingestellt werden? Auch wichtig ist das Ganze dann für die Mitarbeiterwege. Also das muss alles geplant sein, aber die Mitarbeiterwege, wenn ihr euch denkt, was ist das? Dazu gibt es gleich noch mehr. Apropos Wegebauen. Wenn ihr viele Wege baut, ist es natürlich schnell umständlich, immer einzelne Teile des Weges nur zu bauen. Wenn ihr also sowieso vorhabt, vielleicht einen längeren, geraden Weg zu bauen, haltet die Aktionstaste einfach gedrückt und zieht mit dem linken Stick einfach eine Linie und schon wird die Linie auf jeden Fall gerade gezogen und dann komplett gebaut, sobald ihr die Aktionstaste loslasst. Funktioniert übrigens auch oft mit anderen Objekten, wie zum Beispiel Zäunen, die ihr am Weg platzieren möchtet. Die könnt ihr dann ebenfalls mit X, in dem Fall auf der Playstation, die Aktionstaste gedrückt halten und einfach den ganzen Weg überziehen und schon wird über den gesamten Weg ein Zaun gebaut. Natürlich bietet das Spiel hier wirklich sehr viele Attraktionen und Buden an, aber bedenkt, bleibt nicht einseitig. Versucht so vieles wie möglich anzubieten. Nicht jeder mag ja nur die heftigsten Achterbahnen. Einige Besucher freuen sich dann auch über ein paar gemütliche Fahrten und so weiter. Also stellt die verschiedensten Attraktionen auf, stellt die verschiedensten Buden auf, stellt auch genug Toiletten auf, baut Bänke und Mülleimer im Park auf, damit die Gäste immer zufrieden sind. Wenn ihr dann beim Bau des Parks auch auf ein einheitliches Bild Wert legt, dann wollt ihr womöglich auch im gesamten Park immer die gleichen Bänke oder die gleichen Mülleimer und so weiter platzieren. Und bevor ihr dann jedes Mal durch die Menüs scrollen müsst und wieder die eine Bank oder den einen Mülleimer suchen müsst, den ihr schon irgendwo benutzt habt, nutzt hierfür doch lieber die Objektpipette. Die findet ihr hier oben, markiert damit dann das gewünschte Objekt im Park und schon ist es ausgewählt. Und das könnt ihr natürlich auch wunderbar mit jeglicher weiterer Deko wie zum Beispiel Bäumen tun. Doch nicht nur die Gäste sind Menschen im Park, ihr müsst ja auch Mitarbeiter einstellen und diese sind extrem wichtig. Hausmeister zum Beispiel, die räumen auf, Security ist Pflicht, da sonst Vandalen den Weg in euren Park finden und dann unter Umständen Bänke und Mülleimer und so weiter beschädigt werden und das kostet euch wiederum Geld. Und auch die Besucher sind genervt davon, wenn zu viele Vandalen rumlaufen, das führt dann zu einer schlechten Parkbewertung. Natürlich benötigt ihr aber auch Mechaniker, denn falls mal ein Fahrgeschäft defekt ist, kann der Mechaniker diese Fahrgeschäfte reparieren. Und eventuell wollt ihr dann auch noch mindestens einen Entertainer im Park engagieren, denn der hilft eventuell auch die Stimmung der Besucher zu steigern. Und natürlich ganz essentiell sind die Träger, welche die Waren zu den Buden bringen, da sonst keine Pommes, Burger und Co. verkauft werden können. Hierfür bieten sich die speziellen Mitarbeiter Wege dann auch an. Und ach ja, denkt daran, die Mitarbeiter sind auch nur Menschen, habt auch einen Pausenraum im Park, sonst hören die Mitarbeiter irgendwann auf zu arbeiten, wenn sie zu erschöpft sind. Und jetzt habe ich es ein weiteres Mal angedeutet, die Mitarbeiter Wege, die sind extrem wichtig für die Effizienz und für die Parkbewertung. Denn die Gäste fühlen sich wohler, wenn sie die Träger nicht sehen und die Illusion erhalten bleibt. Sie sollten also klug gelegt werden und damit sollten die Buden dann so effizient wie möglich beliefert werden können, aber eben auch so, dass sie dann nicht überall von den Gästen gesehen werden können. Und das gilt zum Beispiel auch für die Pausenräume, also für all das, was die Illusion der Gäste zerstört. Apropos Illusion und Parkbewertung, die Deko, die ihr wählt, ist nicht nur für die Optik schön und wichtig und es kann ja auch viel Spaß machen mit den Möglichkeiten ein bisschen herumzuspielen, aber sie hat auch nebenbei einen echten Sinn. Denn wenn ihr, wie schon gesagt, einfach die Sicht auf Toiletten und Mitarbeiterwege versperren möchtet, bietet sich Dekoration einfach an. Um das gut darstellen lassen zu können, gibt es auch eine sehr gute Option bei den Visualisierungen. Wählt dort Dekoration aus und ihr werdet sofort erkennen, wo mehr Deko nötig ist, damit eure Parkbewertung in die Höhe schnellt. Warteschlangen können auch ein sehr wichtiges Thema sein. Wenn ihr eine Attraktion gebaut habt, müsst ihr natürlich auch Warteschlangen anbieten, damit genug Leute anstehen. Diese Warteschlangen sollten also immer lang genug sein, damit genug Leute anstehen können. Vorsicht, übertreibt es nicht. Sind die Schlangen zu lang und die Wartezeit damit ebenfalls, sind einige Besucher auch mal genervt und verlassen die Schlangen. Grundsätzlich noch eine Kleinigkeit zu den Wegen. Sie müssen nicht ebenerdig bleiben. Ihr könnt diese Wege immer unterirdisch bauen oder auch mal ein paar Etagen nach oben gehen, wenn ihr das wollt. Das kann auch mal schön und spannend sein. Manchmal ist es aber vor allen Dingen bei den Mitarbeiterwegen essentiell, um einfach auch dort nicht die Sicht anzubieten auf die regulären Parkbesucher. Und noch ein Tipp zum Anliefern von Waren zu den Fressbuden. Sollte euer Park irgendwann besonders groß werden, könnt ihr euch Gedanken machen über ein Transportsystem. Das findet ihr bei den Verwaltungsgebäuden im zweiten Reiter. Dort könnt ihr dann vornehmlich unterirdisch dieses Transportsystem bauen und an ein weiteres Depot anschließen. Wenn ihr dann dort eigene Träger engagiert, haben diese einen kürzesten Weg zu den Buden und die Anlieferung geht flotter. Vorsichtig, das kostet relativ viel Geld. Und dann habe ich noch einen weiteren Tipp für euch, welcher besonders wichtig wird, wenn der Park groß genug ist. Nutzt die Möglichkeit, den Park in Zonen aufzuteilen. So könnt ihr dann den Mitarbeitern eine Zone zuteilen, sodass dann zum Beispiel ein Hausmeister sich nur noch um Zone 1 kümmern muss und der Kollege macht dann Zone 2 und so weiter. Das gleiche ist besonders praktisch bei der Security, damit wirklich jeder Bereich im Park bewacht wird und nicht plötzlich alle auf einem Fleck stehen. Wichtiger Zusatztipp hierbei, da ich das anfangs auch schon ein paar Mal falsch gemacht habe. Wenn ihr die Zonen auch für die Träger nutzen wollt, beachtet, dass wirklich alles Nötige mit als Zone markiert wird. Also der gesamte Weg bis zum Depot, sonst geht der Träger nicht rein und holt niemals die Waren ab. Das gleiche übrigens mit den Hausmeistern und den Toiletten zum Beispiel. Die Toiletten müssen nämlich ebenfalls mitmarkiert sein, sonst geht der Hausmeister niemals hinein und die Toilette wird für immer verschmutzt bleiben. Sollte bei all der Planung und dem ganzen Gebäude mal das Geld knapp werden und ihr wollt aber noch unbedingt diese eine Attraktion bauen, dann könnt ihr natürlich auch einen Kredit aufnehmen. Öffnet hierfür die Finanzen und geht auf den vorletzten Reiter Kredite. Hier habt ihr dann eine Auswahl, maximal zwei davon könnt ihr gleichzeitig aufnehmen. Bedenkt aber, je nach Zinssatz müsst ihr eine Gebühr zahlen und zwar jeden Monat, bis ihr alles zurückgezahlt habt. Es ist also nicht so, dass automatisch ein Teil zurückgezahlt wird, sondern ihr zahlt konstant eine Art Strafe für den Kredit und müsst manuell, immer wenn ihr könnt, einen Teil oder natürlich alles auf einmal zurückzahlen. Und noch eine Sache zum Thema Finanzen. Dieser Bereich ist auch gut, um euch einen Überblick zu verschaffen, darüber, was besonders gut funktioniert und Geld einbringt und wo ihr vielleicht noch etwas anpassen solltet. Zusätzlich könnt ihr hier auch ganz hinten Werbung für den Park bzw. für einzelne Fahrgeschäfte und Buden machen und damit mehr Gäste anlocken. Kann besonders für das Erfüllen einiger Ziele im Kampagnenmodus hilfreich sein. Und natürlich ist auch die Forschung ein wichtiges Thema, denn wenn ihr nicht im Sandbox-Modus spielt und direkt alle Geschäfte freigeschaltet habt, steht euch zu Beginn immer nur ein kleiner Teil aller Fahrgeschäfte und Buden zur Verfügung. Wollt ihr mehr Fahrgeschäfte, Achterbahn, Buden oder auch Dekoration, müsst ihr diese erst erforschen. Dabei definiert ihr, was erforscht werden soll und bestimmt das monatliche Budget und nach einer Weile steht euch eine neue Achterbahn oder Fressbude oder was auch immer dann zur Verfügung. Wer aufmerksam ist, wird merken, dass ihr bei den Fahrgeschäften und Fressbuden mal mehr, mal weniger Einstellungsmöglichkeiten habt. Zum Beispiel könnt ihr bei der Burgerbude detailliert einstellen, wie viel Salat oder Käse auf den Burgern sein soll und seid ihr da ein bisschen geiziger, spart ihr Geld und nehmt also mehr Geld ein und das kann aber dann andererseits auch bei der Bewertung des Burgers schaden. Das ist also durchaus Micromanagement und hier kann man richtig viel rumspielen. Und naja, das gehört ja auch irgendwo dazu, aber ich kann euch beruhigen, das ist der nächste Tipp. Man kann zwar alles Mögliche einstellen, muss es aber nicht. Das Spiel setzt dies niemals wirklich voraus und alle Aufgaben sind auch ohne diese Details schaffbar. Macht euch also nicht verrückt, falls ihr glaubt, ihr müsst immer alles bei jeder Bude anpassen. Und zu guter Letzt, je nachdem wann ihr mit der Konsolenversion anfangt und diese Tipps euch anschaut, stellt euch auf den einen oder anderen Bug ein. Denn in den ersten Wochen nach Release gab es noch sehr viele Kleinigkeiten, die hakelig waren oder gar nicht funktioniert haben. Je später ihr vielleicht einsteigt, desto weniger dieser Fehler werdet ihr merken. Aber auch das ist ein kleiner Tipp. Wundert euch nicht, denn das Spiel funktioniert noch nicht zu 100% tadellos. Und das soll es gewesen sein. Wenn euch die Tipps ein bisschen helfen konnten, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalasst. Ihr könnt auch gerne kommentieren, was euch besonders geholfen hat oder welchen Tipp ihr vielleicht vermisst habt, den ihr noch zusätzlich für die Community habt. Lasst also gerne auch einen Kommentar da und ich hoffe sehr, bis bald. Bis bald.